Am 8. Juni wurde im Bürgerhaus Bennohaus die Ausstellung Treffpunkt Wohnzimmer eröffnet. Ulrike Franz und ihre Malschüler stellen dabei verschiedene Werke aus, die im Laufe von drei Jahren entstanden sind. Ich habe dann irgendwann überlegt, dass die Malschüler, die drei, die zum festen Alltagsbestandteil geworden sind, für meinen Begriff eine Plattform kriegen sollten, wo sie auch mal zeigen können, was in ihnen steckt. Wir haben das nicht geglaubt. Wir sind Laien und Hobbymaler. Aber sie hat mich locker gelassen und uns irgendwann überrascht. Ich habe jetzt einen Ausstellungsplatz im Bennohaus und jetzt, ja, da waren die dann mit dabei. Mit Freuden mit dabei. Wer sich selbst ein Bild von der Ausstellung machen oder vielleicht sogar eines der Werke erwerben will, kann dies noch bis zum 13. Juli tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017